Ach dann, wenn man drauf ist, wenn man meint, die Göller gibt es gar nicht und ist drauf und will irgendwas erklären von Kuh-Kuh und gibt in der eigenen Richtung, plötzlich weiß man das gar nicht mehr, dann kann man schon beim Thema bleiben. Ungefähr so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017